Die deutsche polizeiliche Kriminalstatistik ist die bekannteste und am häufigsten zitierte Kriminalstatistik. Sie wird seit 1953 jährlich vom Bundeskriminalamt herausgegeben, seit 2014 nicht mehr in Buchform. Die PKS wirft in der Hauptsache die während eines Bezugsjahres bei der Polizei angezeigten Straftaten aus und gibt darüber hinaus Auskunft über Tätemstände, Tatverdächtige Opfer und Schäden. Die mit der PKS erfasste Anzeigenziffer unterscheidet sich von der verurteilten Ziffer nicht unerheblich, weil nicht alles Angezeigte aufgeklärt, nicht alles Aufgeklärte angeklagt und nicht alles Angeklagte verurteilt wird Entstehung. Die Daten werden von den Ermittlungsbeamten der Polizei entweder durch ein Datenblatt oder durch direkte Eingabe in eine Datenmaske des Arbeitsterminals an die Rechenzentren der Landeskriminalämter weiter gemeldet. Dort werden teilweise monatlich, insbesondere aber jährlich Tabellenauswertungen anhand von Schlüsselzahlen, die bestimmten Straftaten zugeordnet sind, vorgenommen. Die tabellarischen Daten werden an das Bundeskriminalamt weitergegeben. Die polizeiliche Kriminalstatistik wird jährlich von den Innenministern der Länder und im Mai dann vom Bundesinnenminister als bundesweite PKS vorgestellt. Erstmals veröffentlicht wurde die PKS 1953, während die Reichskriminalstatistik vor allem Daten über verurteilte auswies. Fuste die PKS auf, rein polizeilichen Daten wurden die Staatsschutzdelikte aus der PKS ausgegliedert. Sie wurden bis 2001 in der gesondert angelegten polizeilichen Kriminalstatistik Staatsschutz geführt, die aber als Verschlusssachen nicht veröffentlicht wird. Im Jahre 1963 wurden die Verkehrsdelikte, die einen nicht unerheblichen Teil der Kriminalität ausmachen, aus der PKS entfernt. 1971 wurde die elektronische Verarbeitung der Daten eingeführt. Die Delikte bekamen einen bundeseinheitlichen vierstelligen Schlüssel, in den einzelnen Ländern konnten aber breitere Schlüssel vergeben werden. Die Daten wurden einheitlich als Ausgangsstatistik erhoben. Erfasst wurden zahlreiche Erhebungsmerkmale wie Schaden, Alter und Geschlecht von Täter und Opfer. Seit 1984 wurde die Zählung der Tatverdächtigen umgestellt. Wurde zuvor jeder Tatverdächtige stets erneut erfasst, wenn er weitere Taten beging. Wurde nunmehr die sogenannte Echt-Tatverdächtigen zählweise eingeführt. Wenn ein Tatverdächtiger innerhalb eines Berichtsjahres mehrmals in der gleichen Deliktskategorie polizeilich in Erscheinung trat, wird er nur einmal gezählt. Der Vorteil dieser Zählweise ergibt sich daraus, dass die Gesamtzahl der Tatverdächtigen völlig überhöht erscheint, wenn mehrfach Tatverdächtige registriert werden. Seit 1993 wird auch in den damals neun Bundesländern die polizeiliche Kriminalstatistik valide geführt. Die Daten der Jahre 1991 und 1992 sind aufgrund der Umstellungen nicht zur Darstellung geeignet. Die Zahl der Schlüssel stieg von 105 auf etwa 400. Allerdings ist zu beachten, dass in den Jahren von 1993 bis 1999 erhebliche Verzerrungen in den Tötungsdelikten vorliegen. Da die Fälle der zentralen Ermittlungsgruppe für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, insbesondere die Todesfälle an der innerdeutschen Grenze, in die PKS einflossen. Seit 2007-2008 melden die Bundesländer alle Einzeldatensätze an das BKA unter einem sechsstelligen Deliktschlüssel. Der Umfang der erfassten Daten ist erheblich ausgedehnt worden. So wird insbesondere die Beziehung zwischen Opfer und Tatverdächtigem feiner differenziert als zuvor. Aussagekraft. Die Aussagekraft der polizeilichen Kriminalstatistik ist naturgemäß begrenzt. Aufgenommen wird nur die polizeilich registrierte Kriminalität. Daher macht die polizeiliche Kriminalstatistik auch keine vollständige Aussage über die Veränderung der Kriminalität im Erfassungsbereich. Da die Veränderung des Hellfeldes nicht gleichzeitig eine Veränderung des Dunkelfeldes, also des nicht erfassten Bereiches beinhalten muss. Steigt zum Beispiel die Zahl der registrierten Körperverletzungen, heißt dies nicht automatisch, dass auch im Dunkelfeld die Zahl der Körperverletzungen steigt. Die registrierte Kriminalität ist vielmehr von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, beispielsweise dem Anzeigeverhalten der Bevölkerung, der polizeilichen Kontrolldichte, dem Erlassen neuer Strafgesetze, Änderungen im Strafrecht, der Definitionsmacht der Polizei und der Bevölkerungsentwicklung. Phänomene wie das Nord-Süd-Gefälle der Straftaten in der PKS können so durch Unterschiede in den oben beschriebenen Faktoren erklärt werden und bauen nicht darauf auf, dass die Menschen im Norden Deutschlands öfter kriminelle Akte ausüben würden. So ist auch die viel zitierte Ausländerkriminalität ein Effekt von unbeeinigten Statistiken. Die meisten in Deutschland lebenden Ausländer sind männlich, jung immer als der Durchschnitt und leben in größeren Städten. All diese Eigenschaften werden im Allgemeinen mit einer höheren Straftatswahrscheinlichkeit assoziiert. Des Weiteren können Ausländer Straftaten begehen, die Deutsche nicht imstande sind zu begehen. Wie zum Beispiel einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Außerdem werden Straftaten etwa von Touristen, hier stationierten Soldaten anderer Staaten oder anderer Ausländer, die sich nur temporär in Deutschland befinden, zwar in die PKS als Ausländerkriminalität aufgenommen. Aber diese Personen werden dann nicht in der Bevölkerungsstatistik als Ausländer aufgeführt. Dadurch erscheint der Anteil der Straftaten von Ausländern ein wenig höher. Der Faktor Migrationsgeschichte, der in der öffentlichen Diskussion breiten Raum einnimmt, ist für diese Statistik noch nicht aufbereitet. Die PKS macht keinen Unterschied zwischen Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund. Die polizeiliche Kriminalstatistik ist kein getreues Spiegelbild der Kriminalitätswirklichkeit. Sondern eine je nach Deliktsaat mehr oder weniger starke Annäherung an die Realität. Fasste der Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter André Schulz im Mai 2015 die Aussagekraft der PKS zusammen. Die PKS sei lediglich eine Strichliste. Ein Arbeitsnachweis ohne inhaltliche Bewertung des zeitlichen und ermittlungsaktischen Aufwands der Ermittlungsarbeit im vergangenen Jahr. Die PKS sagt zudem nichts darüber aus, in wie vielen Fällen die Verfahren durch die Staatsanwaltschaften eingestellt werden bzw. in wie vielen Fällen es überhaupt zu einer Verurteilung kommt. Inhalt grob unterteilt enthält die PKS Informationen zu Fällen, Tatverdächtigen und Opfern. Bezüglich der Fälle werden die registrierten und aufgeklärten Fälle, die Versuche, die angefallenen Schäden sowie die Benutzung einer Schusswaffe registriert. Bei den Tatverdächtigen werden das Alter, Geschlecht, Nationalität sowie Mehrfachbelastung, die Eigenschaft als Drogenkonsument, die Tatbegehung unter Alkoholeinfluss sowie die Tattörtlichkeit in Beziehung zum Wohnort des Täters registriert. Die Tatverdächtigen-Belastungszahl gibt die Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen. Er rechnet auf 100.000 Einwohner des entsprechenden Bevölkerungsanteiles an. Bei den Opfern werden Alter und Geschlecht sowie die Beziehung zum Täter registriert. Die Schlüsselzahlen werden nach strafrechtlichen oder kriminologischen Merkmalen vergeben. Die führende 0 steht für die Straftaten gegen das Leben, die 1 für die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die 2 für Rohheitsdelikte, die 3 für die Diebstähle ohne erschwerende Umstände, die 4 für Diebstähle mit erschwerenden Umständen, die 5 für Betrugs- und Fälschungsdelikte, die 6 für sonstige Delikte des Strafgesetzbuches, die 7 für Straftaten gegen strafrechtliche Nebengesetze, die 8 steht für Summen Schlüssel. Fußnoten. Jahrbuch 2010 Seite 3 Siehe Einleitung beispielsweise zur PKS 2009 S IV WWW BKA Die PKS PKS 2009 Download PKS JB-2009-BKA PDF Pfeiffer C Wetzels P Die Explosion des Verbrechens In Neue Kriminalpolitik 5 Uhr 32 39 S 37 Frevel B Wer hat Angst vorm bösen Mann? Ein Studienbuch über Sicherheit und Sicherheitsempfinden Baden-Baden S 31 Stellungnahme am 6. Mai 2015 Aus Anlass der Präsentation der PKS 2014 Unter anderem durch den Bundesinnenminister in Berlin BDK Kriminalstatistik 2014 Vorgestellt Mehr Täter, mehr Taten Anführungszeichen Punkt Weiter heißt es in der Erklärung des BDK Die Politik betreibt seit Jahren Augenwischerei und lässt die Bevölkerung über die tatsächliche Kriminalitätslage im Unklaren Die tatsächlichen Fallzahlen liegen weit über den registrierten 6 Millionen Straftaten So werden zum Beispiel nur rund 75% aller Wohnungsanbrüche überhaupt angezeigt Im Bereich der Sexualdelikte und des Cybercrime werden über 90% der Taten gar nicht angezeigt Darüber hinaus werden erstmalig seit 2014 zehntausende Fälle der Internetkriminalität gar nicht mehr in der Statistik Wenn der genaue Tatort nicht bekannt ist, Taschenspielertricks nennt man so etwas